Einen wunderschönen guten Tag, wer es glauben mag, Areton wieder hier. Ja, das letzte Mal haben wir eine Menge Kult-Anhänger irgendwo runtergeschubst und wir sind echten Kämpfen voll aus dem Weg gegangen, weil wir irgendwie nicht stark genug dafür sind, aber kein Problem, kein Problem, Leute. Mit Würgelgriff geht einfach alles, solange ein Abgrund in der Nähe ist. Und die sind oft in der Nähe. Naja, gucken wir uns mal an, was jetzt passiert. Kultuntersuchung, Tanach. Bleib wachsam. Wenn sich die jünger Ragnos auf Tanach befinden, ist das bestimmt kein Zufall. Bestimmt nicht. Hey, letzter Punkt in Machtentzug. Waffen. Einmal hier ein bisschen, einmal da ein bisschen und da sowieso. Start. Oh, nicht dieses Level. Ach, scheiße. Na ja. Ihr werdet ja sehen, was passiert. Wie hat der Käpt'n die Kult-Anhänger gesehen? Das sieht nicht aus wie... Wie hat der Käpt'n die Kult-Anhänger gesehen? Wie hat der Käpt'n die Kult-Anhänger gesehen? Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Scheiße. Na dann mal guten Appetit, wa? Shit. Oh Gott. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaub einfach nur. Gott. Ich skippe einfach alles so weit möglich. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Hast du Angst vor mir? Naja, nicht direkt vor dir. Guck mal hinter dich. Ich mach dich fertig. Oh Gott. Scheiße, wo muss ich denn hin? Du kannst mich nicht stoppen. Oh Gott, der Rancor. Nyeh. Shit, 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 shit. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was hast du denn dran? Was hast du denn dran? Kommst du nicht? Gut. Es gibt kein Entkommen. Was ist das denn? Ich dachte, die Jedi will anstarten. Was ist das denn? Geil. Ich bin da dran. Und ich bin broke. Boah. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Was hast du denn dran? Ich skippe euch einfach alle. Guck mal, die stehen haben alle. Ja, genial. So, wo muss ich hin? Na ja, aber ich kann es ja wenigstens versuchen, ne? Ich kann ihn nicht stoppen. Nee. Gibt es hier irgendwelche Türen, die nicht verschlossen sind? Ja, Kumpel. Aber hier muss es doch weitergehen, oder nicht? Hier ist einfach alles zu. Geile Scheiße, Alter. Geile Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, die Dinger kann man auch nicht kaputt schießen. Wo ist das Grün? Von dort ist er gekommen. Der ist irgendwie nur hinter mir her. Weil es hier scheinbar keine anderen Gegner gibt. Ist alles zu. Einfach alles ist hier zu. Spalt der Feuer. Spalt der Feuer. Auch von hier bin ich ja gekommen Hey, keine komischen Sachen machen hier Es ist für mich gerade nicht sonderlich offensichtlich Wo es lang geht Ich habe doch diese ganzen Türen hier alle ausprobiert Zu Es ist einfach alles zu Aber hier war ich doch schon Was ist denn das? Ist das eine Tür? Nee Hier ist alles zu Ach, jetzt geht die auf Du könnt mich mal Ihr könnt mich alle Was habe ich Ihnen denn angetan? Ich dachte, die Jedi bin an Stahl Ah, kacke Da komme ich hoch Wie gut bist du denn wirklich? Da ist eine grüne Tür Da muss ich rein Vielleicht kann ich ihn zwischen den Containern und der Tür fangen Ja, vielleicht Na komm Ich skiffe euch einfach alle Ich nehme hier gar keinen Ernst Ach so Ah, wo war denn der Speicherpunkt? Aha Gut Vielleicht Vielleicht kann ich ihn zwischen den Containern und der Tür fangen Vielleicht Wohin des Weges Jedi? Ist er hier drin? Das gibt es doch überhaupt nicht Warum treffe ich die eigentlich alle nicht? Die wirbel ein bisschen mit ihrem Lichtschwert rum So Die wirbeln einfach immer nur rum Oh komm ey Was ist los? Was ist los? Was ist los? Is das da nicht? Hat mich bei mir Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das interessiert den überhaupt nicht Der steht genau in meinem Lichtschwert drinnen, während ich es werfe Das gibt es doch überhaupt nicht Hallo, geh da doch raus Hast du Angst vor mir? Okay, der ist besiegt Wie ich das auch immer gemacht habe Also so a la Super Mario draufspringen oder was? Okay, das dauert hier schon mal den ganzen Part hier durchzukommen Sie haben keine Chance Du bist, Shiba Du bist, Shiba Du bist, Shiba Wie gut bist du denn, Wirkner? Na Ach, Leute Na, 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 na Jetzt aber hier Kannst du endlich mal einfach sperren So Haben wir das auch geklärt, ja? Zeigen Sie sich Zeigen Sie sich So, fein Boah Boah Und jetzt aber Jetzt aber schnau Warum funktioniert das denn nicht? Soll ich mich um dich kümmern, ja? Ach ja, Leute Ähm, ja Ich erzähle euch hier gerade überhaupt nichts Weil dieses blöde Rancor-Ding da hinten Ja, ich habe ja auch alle nichts zu tun als mich anzugreifen Auch dieser Rancor scheint äußerst parteiisch zu sein Na, komm Meine Güte Haben wir das auch geschafft Jetzt können wir uns hier wenigstens ganz in Ruhe um diesen Kram hier kümmern Ach so, Moment Ich muss erst Ich muss erst das Laufband aktivieren Nochmal aktivieren Ich warte, bis er hier ist Dann Aktiviere ich das Laufband Und das kann er jetzt aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht kaputt machen Oh, Mikrofon umgekippt Ach, das war die Mission Wollten sie das Ja, danke Gern gemacht, Kyle Cool Fortsetzen Aha Okay, alles klar, Kyle Dann War das eine schöne Wegrennen-Mission Wo wir verwirrt durch die Gegend geeiert sind Und Ja Vielen Dank für's Zugucken Und bis zum nächsten Mal Tschüss